Die Smiling Beat Band In den begabten Kinderdorf Pötching, das seit zwei Jahren besteht, leben 83 Burschen und Mädchen aus fünf Bundesländern. Ziel der Leitung ist es, begabten Jugendlichen und Kindern eine fundierte Schulausbildung zu ermöglichen und ihre speziellen Talente zu fördern. Die Kinder hätten alle von zu Hause aus nie die Möglichkeit gehabt, eine Reifeprüfung abzulegen oder ihre musische oder technische Begabung zu entwickeln. Die Kinderdorfkinder im Alter zwischen 7 und 18 Jahren sind in Interessengruppen zusammengefasst und leben in familiären Gemeinschaften. Spezielle Interessen wie Musik, Zeichnen, Technik oder Handarbeit werden besonders unterstützt. Aus einer solchen Musikgruppe hat sich auch die Smiling Band entwickelt.